Hey, Tante Simone, wink mal in die Kamera. Das hier ist unser Esszimmer, wo wir immer als Familie zusammensitzen. Vor allem Sonntagabends ist das ein Muss. Dann haben wir schön viel Zeit miteinander zu reden, uns zu entspannen, bevor eine weitere anstrengende Woche beginnt. Oh, wir hören dann auch viel Musik. Und wenn ich so darüber nachdenke, hat meine Liebe zur Musik vielleicht genau hier ihren Anfang genommen. Richtig, die Plättensammlung deines Vaters ist eines der Dinge, die ich am meisten an ihm liebe. Mein gutes Aussehen. Ja, Schatz. Die sind so alt. Gorge T. Das ist Französisch für großer Sprung. Und als ich meinen ersten großen Sprung in die Welt des Balletts gemacht habe, habe ich meine Bewegungen hier vor dem Fernseher geübt. Das ist unser Wohnzimmer-Strich-Tanzstudio. Ich habe hier tolle Figuren einstudiert wie diese. Hast du das drauf, Jax? Äh, ja. So, das war's schon. Das ist mein Zuhause. Für mich der mit Abstand inspirierendste Ort der Stadt. Wo ich Risiken eingehen kann und mit meiner Kunst experimentiere. Und mit dem Rückhalt meiner Familie weiß ich, dass mir nichts passieren kann. Auch wenn mal was schiefläuft. Ach, warum musst du so sentimental sein? Jaila! Jetzt müssen wir das nochmal aufnehmen. Seht ihr? Das ist jetzt nicht das perfekte Ende, das ich mir vorgestellt hatte, aber ich weiß, dass meine Familie hinter mir steht. Sogar Jaila! Danke, dass ihr heute wieder dabei wart. Bis später dann. Und vergesst nicht, Y-A-L steht für Du wirst geliebt. Das war's von uns.